Von Vorderberg zur Wallfahrtskirche Maria im Graben. Der Vorderberger Wildbach. Fußgänger und Radbrücke über den Vorderberger Wildbach. Pfarrkirche Vorderberg. 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 Wallfahrtskirche Maria im Graben Rechts sieht man die nicht begehbare Vorderberger Klamm. Auffahrt zu den Almen In Berührung des Barsons In Berührung des Barsons Vielen Dank. 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 Die Festrittzahl. Hier deponieren wir das Rad an einer geeigneten Stelle. Wanderung auf den Oisternick über italienische Seite. Weg zu den Weltkriegsbefestigungen unterhalb des Hauptgipfels Gipfelkreuz am Ostgipfel Gerade weiter führt es zum Steig über den Ostgrad Abstieg über den Ostgrad Der anspruchsvolle Steig führt wunderschön durch ein Latschengebiet und das ist ein Latschengebiet Das ist ein Latschengebiet und das ist ein Latschengebiet Das ist ein Latschengebiet und das ist ein Latschengebiet Drohnenaufnahmen von der Wiese unterhalb des Latschengebietes aus Drohnenaufnahmen von der Wiese unterhalb des Latschengebietes aus Das ist ein Latschengebiet Blick nach Vorderberg und ins Geldtal Blick nach Vorderberg und ins Geldtal Der Ostgrad Der Ostgrad Der Ostrad Der Ostrad 以前 ist das Latschengebiet des Latschengebiet aber auch das ist ein Latschengebiet E districts der Strik Die Sitzung Oder Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Der Ostgratsteig Weiter geht's auf dem Pfad durch Steinka zu Vestritzer Alm zurück. Vielen Dank. Vielen Dank. Abstecher über einfachen Trill zu Alm Kapelle Maria Schnee. Vielen Dank. 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 Die Alm Kapelle Maria Schnee. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.